Eine Auster. Wir haben tatsächlich noch nichts, was ich wirklich verkaufen müsste. Ja, das war's. Das war's für heute. Ja gut, ich habe viele hier oben geschlagen, aber es ist aber oben oben. Ich muss immer sie abgewürzt haben. Das war's für heute. Oh, das hat's doch mal. 1, 2, 3, 4, okay, das waren wieder nur 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ups, Falte, die wollte ich natürlich. 1, 2, 3, 4, Na komm. 1, 2, 3, 4, Jetzt haben wir einfach nur noch so ein paar von den Eicheln und so weiter. Oder beim Baumstumpftreffen auch nicht schlecht. Dann sparen wir uns für den nächsten Tag ein bisschen Gekloppe. Weil ich mich jetzt erstmal die ganzen Baumstumpfe loswende, also die ganzen kleinen hier, die ich machen kann. Die großen, dafür reicht ja die Achse nicht. So, und der letzte ist hier oben. So, zack. Und vielleicht noch der. Schocken wir noch einen? Ja, top. Naja, ansonsten kann ich immer noch was essen, ne? Okay. Diese ist aber wirklich genug. Wenn das wirklich die Sticksal für alles ist, ja. Wenn das wirklich die Sticksal für alles ist, ja. Wenn das wirklich die Sticksal für alles ist, ja. Dann möchte ich nicht wissen, wer er mich davon kommt. Ich frage mich halt auch, ist das ein Open-Spiel oder nicht. Also ein Open-World-Spiel oder nicht. Wenn das definitiv ein Ende hat, ja. Dann kommt das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. 1. 2. 3. 5. 5. 6. 6. 12. 13. 40. 14. 40. 42. Ich vergesse mir auch jedes Mal das Vollstückchen zu probieren. Nein, ich hätte da schon wenigstens für alle Planeten gefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob das Energie braucht und wenn ja, wie viel Energie das braucht. Cool, wieder angepflanzt. Einmal wieder alles voll hier. Ich weiß nicht, ob es nicht gut ist. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020